Wir sind Teilnehmer und Partner der Russian Business Week. Heute haben wir zum ersten Mal unser Produkt präsentiert und es wurde von der Community äußerst gut aufgenommen. Unser Messenger hat ein großes Maß an Interesse ausgelöst. Die Gäste haben ihn direkt während der Präsentation heruntergeladen und auf ihre Smartphones installiert. Sie haben bereits viele Fragen gestellt und erste Beurteilungen gegeben. Das war für uns als Entwickler vom CryptoMessenger eine sehr positive Erfahrung. Unser Gedanke ist, diese Infrastruktur jedem zugänglich zu machen. Die Leute müssen einen einfachen Zugang zum Kryptomarkt bekommen. Wir haben gute Kontakte geknüpft. Es hat sich eine produktive Zusammenarbeit angedeutet. Ich glaube, dass diese Konferenz für sehr viele Ideen, positive Emotionen und gute Ergebnisse sorgen wird, wodurch wir als Unternehmen mit unserem Produkt und unserem CryptoMessenger profitieren werden. Zur Konferenz sind über 3000 Gäste erschienen. Die bei diesem Treffen präsentierten Projekte verdienen Anerkennung und ein besonderes Interesse. Mein besonderer Dank gilt den Organisatoren, weil es eine wirklich gelungene Veranstaltung war. Interessant und emotionsgeladen. Die Konferenz hat uns allen sehr gut gefallen. Wir warten auf das nächste Treffen. Die Konferenz hat uns allen sehr gut gefallen.